jo was geht ab youtube timo hier heute mal mit dem etwas anderen video und zwar möchte ich mal mit euch über das system zum uber unique item farm sprechen uber duriel ihr wisst ja uber duriel zurzeit die einzige quelle in diablo 4 um an uber unix zu kommen die besten items im spiel faktisch bin ich immer noch der meinung dass diese items anderweitig im spiel nicht zu erhalten sind auch letzte season gehe ich davon aus dass blizzard einfach ein knopf hatte wo dann drauf gedrückt wurde und irgendwo dann in asien mal ein item gespawnt ist und so weiter und so fort um weltweiten hype zu generieren für das spiel und oh mein gott schaut her unique uber unique ist da und da gedroppt und so dass das spiel dann noch mehr quasi in die medien gekommen ist und so weiter und so fort ist natürlich nur eine theorie ich bin da fest von überzeugt und wie ich auf dieses video komme ich habe gestern meinen ersten schelko gedroppt mein drittes uber insgesamt nach 400 lass mich lügen 428 duriel runs bin ich jetzt ungefähr drin und der schelko ist gedroppt sagen wir mal so ungefähr nach 420 und jetzt habe ich mal quasi revue passieren lassen was das alles wirklich für eine zeit und ein hustle war die materialien ranzubringen die duriel runs zu machen und so weiter und so fort und man muss dazu sagen ich habe auch einen guten clan mit guten leuten die ab und zu auch mal runs gesponsert haben ich habe die runs nicht alleine rangebracht viele schon ja den großteil schon aber viel wird auch gesponsert danke noch mal an die leute und natürlich viele leute die das video schauen haben nicht diesen vorteil sind vielleicht solo unterwegs in einem kleineren clan unterwegs wo sich nicht so ausgetauscht wird und müssen den scheiß selber ranbringen und haben dann wirklich auch das problem an die ubers zu kommen denn das ist einfach das worauf ich hinaus möchte duriel ist eine riesengroße slot machine oder auch ein einarmiger bandit es ist einfach wie glücksspiel ihr packt oben was rein das ist in diesem fall kein geld aber das sind materialien blutschweiß und tränen die ihr aufgewandt habt um quasi an die eier zu kommen um an den um an die splitter zu kommen die opfern müsst um duriel zu spawnen und dann ist einfach nicht vorhersehbar was unten rauskommt soweit so gut so ist das in action rpgs ich muss sagen am anfang war ich von dem system nicht überzeugt aber ich war auf jeden fall motiviert das hat sich dann alles so ein bisschen über die zeit in resignation und später ich will nicht wut sagen aber ich sage euch ganz ehrlich ich war ganz schön abgefuckt nach diesen ganzen runs wo nichts gedroppt ist leute sage ich euch ganz ehrlich weil man hat einfach keinen kein einfluss und das ist auch so weit so gut ihr würdet sagen ja wenn du jetzt in anderen games farms hast du auch kein einfluss darauf was droppt das stimmt 100 prozent wo ich aber jetzt rein grätschen würde ist ich kann das halt nur vergleichen mit games die ich halt in der vergangenheit gezockt habe von denen ich komme das ist die aber zwei und die haben drei und immer mal die aber zwei als beispiel ich bin noch ein bisschen krank sorry die haben zwei als beispiel wenn ihr da boss ranz boss ran um boss ran macht irgendwann werdet ihr zwangsläufig stärker sei es jetzt dass ihr xp bekommt sei es dass ihr items die charakterübergreifend droppen können für eure tricks droppt und so weiter sofort die ihr vielleicht trainen könnt sei es dass ihr runen findet ihr trainen könnt und so weiter und so fort denn alles ist einfach frei handelbar in diablo 2 also wird zwangsläufig euer charakter stärker selbst in diablo 3 es ist auch schwierig ab einem bestimmten zeitpunkt sein charakter zu gieren und besser zu werden dann findet man nach paar paar mal farm auf jeden fall ein item das gibt dann 0,2 prozent mehr damage aber im endeffekt level ihr paragon hoch und so könnt ihr euch dann über diese ganze zeit quasi ja von den leuten die weniger spielen absetzen das ist bei uber duriel nicht der fall denn sagen wir mal ihr geht mit level 100 rein auch wenn unter 100 ergibt nicht so viel xp der kollege aber schön und gut dass der jetzt 925 level droppt und vielleicht könnt ihr die ersten 10 20 runs auch noch euer gear hier und da mal verbessern das kann ja gut sein aber irgendwann geht es nur noch darum reinzugehen den kollegen abzufahren und auf das uber zu hoffen und das ist ein problem ihr kriegt kein xp ihr kriegt keinen glyphen ihr kriegt dann im endeffekt auch keine items mehr ab einem bestimmten zeitpunkt und müsst darauf spekulieren dass der kollege was droppt und das nimmt einen ganzen haufen zeit vom endgame weg weil irgendwann bei uns sieht das nur noch so aus im klaren wir gehen rein killen raus resetten rein killen raus resetten rein killen raus resetten zählen rein killen raus resetten und ihr könnt euch ja denken wie das weitergeht die items werden gar nicht mehr angeguckt das ist sowieso nur noch dog shit der droppt alles wird einfach verkraft beim händler so schnell wie es geht dass man schnell wieder drin ist den kollegen abfahren kann und das nimmt eine enorme zeit vom endgame weg ich glaube das ist zurzeit das endgame was abläuft bei uns im plan und ich denke auch bei vielen anderen gruppen ich vermisse schon fast die zeiten muss ich sagen von letzter season 1 wo wir noch leveln mussten wo wir mit vier leuten im dungeon waren im nightmare dungeon und jeder hat einen anderen charakter gehabt oder vielleicht auch die gleichen charakter jeder konnte seine stärken mit dem anderen bild ausspielen man hat monster gekillt man hatte spaß es sind verschiedene mechaniken zum tragen gekommen es gab noch nicht diese stupiden overpower one shot mechaniken man hat einfach gehustelt monster gekillt den boss gekillt zum ende ihr wisst wie ich meine und man hatte seinen spaß der fehlt mir auf jeden fall enorm beim jetzigen endgame in diablo 3 wenn man überhaupt vom endgame reden kann ist einfach nur ein stupides ja oben die coins reinwerfen in unserem sinne materialien ist und hoffen dass die 37 dann auf dem bildschirm erscheinen für die ubers das ist wirklich ein problem und das größte problem ist dass die zeit die wir zurzeit reinstecken nicht ordentlich vergolten wird wir haben leute im clan und jetzt kommt die haben vier schekos gedroppt kein grandfather wir haben leute im clan die haben vier grandfather gedroppt wir haben leute im clan die haben zig und zig tausende nicht sich aber die sind am 1000 runs gemacht haben ihren scheko nicht und das kann eigentlich nicht sein wenn man diese zeit und muße in das spiel rein investiert sagen wir die 200 250 300 stunden es gibt solche psychos in der season investiert ins spiel dann muss auch am ende egal wie es passiert gewährleistet sein dass man top gear hat ob es jetzt durch trading ist oder ob es durch irgendwelche wahrscheinlichkeiten ist die ansteigen wenn man ein bestimmtes item nicht droppt also ich finde weiß nicht zurzeit mit diesem endgame was wir haben ist das spiel auf jeden fall ist das spiel auf jeden fall hat 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 keinen guten standpunkt sagen wir mal so und ich hätte lösungen wie wärs zum beispiel obwohl bevor ich zu den lösungen kommen noch eine sache ihr wisst ja wie das zurzeit ist auch mit den mit den materialien für duriel sagen wir mal ganz ehrlich 75 prozent die auf dem markt sind wenn sie sogar nicht mehr sind gedubt die leute die 50 eier verkaufen die 50 scharts verkaufen die sind nicht hingegangen haben 50 mal gregory gelegt und haben 50 mal war schon gekillt und verkaufen das dann für ein paar millionen gold das kann mir keiner erzählen und blizzard weiß auch dass das so ist blizzard weiß hundertprozentig dass es so ist und blizzard weiß auch über die schwächen der duriel mechanik die wir zurzeit haben und deswegen ist das eine grauzone zurzeit dass die ganzen accounts nicht gebannt werden die dupen weil blizzard genau weiß die leute könnten noch weniger duriel runs machen der frust wird noch höher und die leute würden die community wird noch mehr rampage gehen ich bin auch fest davon überzeugt dass das zurzeit geduldet wird und ja man muss gucken was geht also man könnte es so machen was ich persönlich begrüßen würde weil ob er jetzt von china sellern eier kauft oder von china farmern schatz kauft für duriel soll blizzard einfach den ganzen handel öffnen und dann kann man sich die leute die bock drauf haben echt geld investieren wollen so what ist euer leben ich sag euch nicht was sie tun lassen soll kauft euch einen verdammten schaiko dann und dann können wir wenigstens die ehrlichen spieler können untereinander traden im clan und so weiter und so fort wie gerne würden leute ihre schaikos abgeben gegen grandfather tauschen und so weiter und so fort erlaubt den handel einfach wie in diablo 2 und gut ist das wäre die beste lösung andere lösung in diablo 3 ist es so dass ihr items die in gruppe droppt noch ich glaube bis zu 24 stunden nachwirkend train könnt unter den leuten die in gruppe sind das wäre doch auch vielleicht eine gute möglichkeit um ja einfach das ein bisschen den handeln ein bisschen offen dazu gestalten dass man nicht quasi gezwungen ist seinen vierten schaiko zum schmied zu bringen weil man nichts mit anfangen kann sondern niemand anderen was gutes tun kann oder den vielleicht sogar gegen den grandfather traden kann und so weiter und so fort eine andere möglichkeit wäre noch dass um einfach diese ganzen irrsinnigen tausende um tausende duriel runs für die items einfach zu verhindern und die zeit vielleicht mehr auf die schönen sachen im spiel zu lenken zum beispiel nightmare dungeons laufen character aufbauen neue bild zu entwickeln und so weiter und so fort dass man sagt jeder im duriel run bringt die mats mit das heißt wir brauchen nicht eins zu spawnen um in gruppe zu sein müssen alle vier die materiale mitbringen aber die drop chance für ubers ist einfach um 400 prozent erhöht das heißt man muss nur 25 prozent der runs machen ein viertel und verbraucht im endeffekt dann auch nur ein viertel der zeit für diese stupide repetitive handlung die man da vornimmt einfach reingehen killen raus resetten reinge killen raus resetten und hat trotzdem die chance für ubers also es gibt auf jeden fall weiß ich nicht es gibt auf jeden fall viele möglichkeiten wie man das ganze besser gestalten könnte meine persönliche beste möglichkeit ist noch folgende gibt den leuten anreiz für nightmare dungeons je höher du in den nightmare dungeons gehst desto höher wird die chance vielleicht am ende vom boss ein uber zu erhalten und wenn die chance auch nur 0,0 25 prozent pro level ist oder lass es noch geringer sein aber gibt den leuten den anreiz das spiel eigentlich wofür das spiel steht das ist meiner meinung nach nightmare dungeons im endgame das ist nicht doogle farm einfach gibt den leuten den anreiz und die chance nightmare dungeons zu laufen spaß zu haben im clan und einfach dann auch eine belohnung zu erhalten wenn sie wirklich blut schweiß und tränen in dieses spiel investieren so sehe ich das leute aber lasst mich auf jeden fall mal wissen was ihr davon haltet wie gesagt sehen nur ich das so kritisch oder habt ihr nach 20 runs euren shako und grandfather gedroppt und sagt ja alles gut so kann es gerne so bleiben schreibt mir das auf jeden fall mal in den comments ob nur ich das so kritisch sehe aber ja wie gesagt ähm gestern habe ich das zum anlass genommen nach über 400 runs von duriel ich war schon so abgefuckt und konnte mich nicht mehr über den shako freuen und dann hast du da leute und den gönne ich es auch weil das ist ein rng spiel ähm die droppen nach 30 runs grandfather und shako sagen ich bin jetzt durch mit der season und das kann es einfach nicht sein denn die leute die viel spielen ich streame jeden tag mindestens vier stunden wenn nicht mehr leute checkt den kanal aus die leute die viel spielen werden meiner meinung nach zu sehr künstlich beschnitten und sollten sich trotzdem irgendwie ja sollten trotzdem besseres gear als casuals haben ganz einfach so sehe ich das sonst ist das ein schlechtes spiel in dem sinne freunde der sonne dank für eure zeit der rent musste auf jeden fall raus und ja schaut auf meinem stream vorbei vielleicht droppe ich ja nach 500 runs dann noch mal ein viertes uber wer wird wer weiß es schon wir werden sehen danke fürs zusehen wir sehen uns im nächsten vod oder im stream bis dahin mich raus